Ich hab noch 973... Oh mein Gott, wir wollen noch eine Sticky Hand. Alter, damit so ein Kondom vom Nachtschrank Whippen, Alter. Holy Shit. So, ey Baby, ich komm gleich. Digga, übergeil. Wie viele Tickets haben wir? Können wir die zwei mal holen? Ja, fast. Digga, wir holen die zwei... Oh! Hast du die Schweine geholt? Tim hat die Schweine geholt. Bro, wir gehen hier raus mit drei Cashguns und drei Sticky Hands. Hast du schon eine Sticky Hands? Und Strike Bates Spendern. Digga, das ist der geilste Tag meines Lebens. Sorry. Okay, wir haben noch 470 Credits. Was machen wir? Boah, lass gucken, was man noch geil zu Content produzieren kann. Also, hat jetzt jeder eine Sticky Hand? Was sind Window Walker? Ich hab jetzt drei. Achso, das sind die, die so eine... Wir brauchen noch eine Sticky Hand, Bro. Du brauchst doch auch eine, oder? Ja, ich brauch auch erst noch eine Sticky Hand. Nee, wir brauchen noch eine. Was ist dieses Noise-Party da? Was ist das? Tim hat doch auch eine eigene. Jaja, jeder braucht eine Sticky Hand. Das ist ganz wichtig. Einfach raus, guck mal, pass auf. Nimm mal mein Handy. Hol dir mal mein Handy. Oh, du Arsch. Ich pack dir deins ein. Gute Ausbeute. So, ich will meine Sticky Hand direkt haben, bitte. Jo. Nackenklatscher. Ey, es war übergeil. Meister, vielen Dank. Komm. Was gut, Bro? Bruder, ich krieg gerade Nackenklatscher von Noviaks mit der Sticky Hand. Jetzt guck mir auf. Uuuu. 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 Nein, das ist der geilste Scheiß überhaupt. Bro, mir ist das Schlimmste passiert, was hätte passieren können. No way. Das ist das Schlimmste. Hahaha. No way. Hahaha. Ich hab lange nicht mehr so viel Spaß. Bruder, leg mal irgendwas hin, was wir uns schmecken. Können wir jetzt? Hahaha. Das ist der geilste Scheiß überhaupt. Ich hab schon ein Glasbottes. Oh, ne Sticky Hand. Männer sind so leicht zu viel zu stellen, Bro. Wir sind alle viel zu alt dafür. Uuuu. Ja, High Five. Sticky High Five. Haha. Warte, warte, hier ist meine. Lass probieren, dann zu stapeln. Digga, was passiert? Warte, warte, lass Hand auf Hand machen. Ach, Digga, was passiert, Digga? Ja, Hand auf Hand, Hand auf Hand. Seid ihr zuerst? Oh! Ja? Digga, was ist das? Digga, ich hol das Cash. Ich hol das Cash aus dem Register hier raus. Ich hol mir so eine Lolli. Ja, Lukas, da kannst du nichts machen. Wir zahlen hier keine Kurde. Hahaha. Ich hol mir deinen GameState-Account hier. Oh mein Gott, es war nicht mal bad. Es war nicht mal bad. Oh! Oh! Okay, wir müssen aufhören. Ja, wir müssen aufhören. Okay, du hast recht. Du hast recht. Vielen Dank, Mann, das war wirklich geil. Das hab ich gebraucht gerade, wirklich. Machen wir noch mal ein paar Minuten an den Chat. Viel Spaß euch noch. Haben wir den Müll hier rein oder so? Ne, das ist vom Camp. Ja, machen wir trotzdem was. So machen wir eine Sortive zu Hause. Ja. Alright, ey, vielen Dank, Mann. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Oh mein Gott. Komm her, Digga. Komm her, komm her. Komm her, Digga. Guck, diese Maschine. Ist das alles nur noch eine Scheiße. Ey, Felix, die Brille runter. Probier mal echt, probier mal echt. Chill, du musst deine Brille verhalten. Digga, jetzt hier bei AirHockey einmal rein. Einmal rein so. Ey, Felix. Guck mal meine Brille. Ey, Felix. Okay, Felix, gib mal mit der Sticky Hand beim AirHockey rein und versucht den Chip zu klauen. Oh mein Gott. Sorry, sorry. Ah, komm her, Digga. Sorry, schau her. Das war so ein Gehittet, Digga. Aua. Das Ding ist, wir haben, glaube ich, trotzdem Minus gemacht, weil ich habe mindestens 60 Euro für Lieferdienste ausgegeben, die wir nicht bezahlt haben. Äh, die wir nicht bestellt haben. Dafür haben wir jetzt eine Sticky Hand hier. You win some, you lose some. Bro, die Sticky Hand ist big. Man muss sich überlegen, will man 60 Euro Bargeld haben oder will man jeder eine Sticky Hand haben? Na ja, die Antwort ist doch ziemlich leicht eigentlich. Hallo. Hallo. Ja. Mit uns allen? Ja. Mit euch allen, Digga. Ich guck euch auch alle. Digga, meine Sticky Hand. Hast du eine Sticky Hand? Nein. Scheiße. Aber wir können trotzdem ein Foto machen. Ohne Sticky Hand. Lass alle unsere Sticky Hand flexen. Ja. Lass alle das Handy aus der Hand. Sticky. Oh mein Gott. Ich bin shaky. Warte kurz. Boah. Oh mein Gott. Digga, das ist hart. Das ist das härteste Pick. Mach 05 und close, Bro. Das geht komplett her. Von oben so ein bisschen. Ja ja. Das ist gemeinsam. Das ist crazy. Ey. Oh mein Gott, das geht hart. Oh mein Gott. Ja ja ja. Warte, warte, warte. Warum machen wir härteste Hand drauf? Du musst deine echte Hand drauf machen. Das ist alles so noch scheiße. Was macht ihr? Das härteste Bild auf euch. Ich muss deine echte Hand drauf machen. Ey, deine Real Life Hand. Richtig. Boah. Alter. Das geht crazy hart. Ey, kannst du uns irgendwo verlinken da? Ja. Ja, mach ich. Also, oh mein Gott. Das geht ja dumm hart. Das ist ja ein crazy hartes Pick. Ey, dann hör auf! Das Ding ist, ich guck euch halt alle drei und dann weiß ich euch, die Wand kriege ich die Chance, euch alle rennen wie auch zu sehen ohne viel Stress zu haben. Warte, du guckst selbst den Notty? Ich guck sogar Neujax. Das kann. Das ist krass. Neujax. Ich bin ein Fan. Das ist wie der Thanos Hand schon gerade. Ich würde sagen, ihr wollt auch Picks machen. Oder ihr schüttet einfach random. Beides. Ich gehöre zu den 20% der weiblichen Zuschauer. Ne, es sind schon mehr, glaube ich. Ja? Wir sind 10. Ich gehöre zu den 10% und ich bin euch gehofft. Ich hab 5. Ich hab 5. Du hast 5. Nein, ich hab safe mehr als 5. Du hast 5 und es sinkt. Ja. Nein, ich hab übel, übel stabile. Ey, easy. Lass auch noch schnell machen. Let's go. Wir kriegen zwar keine Kanalpunkte, dass wir jetzt gerade hier sind, aber... Okay, kurze Frage. Wer von euch hat eine Sticky Hand? Ja, scheiße. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Machst du? Äh, easy. Ist das übergriffig? Glaube ich nicht. Ja, easy, easy, easy. Dann war ich weg von mir. Oh, Alter. Oha. Was? Wir haben hier ein versticktes Problem. Oh mein Gott, bitte. Warum ist das so fest? Wir haben hier kurz eine Oma grüßen. Das ist wichtig. Ja, ich grüße meine Oma. Ich hab's endlich geschafft. Kuss. Scheiße, das ist jetzt peinlich. Ich weiß nicht, wie deine Oma heißt. Nee, immer Oma Heinersdorf. Oma Hellersdorf. Oma Hellersdorf. Liebe Grüße. Ciao, ciao. Hier, Oma, das ist für dich. Hier, Omi. Hier, Omi. Hier, Omi. Hier, nehmen die Sticky Hand. Ich muss einmal Joel grüßen, meine Mutter und Laura. Liebe Grüße an Joel, deine Mutter und Laura. Sagt einfach Jana. Hallo, Jana. Hallo, Jana. Ja, das ist meine Mutter. Achso, hallo, Jana. Hier ist ein Sticky Hand. Nee, aber... Ey, danke fürs Herkommen, ihr bist nice. Danke schön. Ich hoffe, es hat sich einigermaßen gelohnt. Ciao, ciao. An alle Ladies da draußen. Ich hab gewartet. An alle Ladies. Wir können jetzt das hier machen. Sag mal. Das ist keine Scheiße, Mann. Wenn er seine Hand auf deinem Oberschenkel hat bei der Fahrt. Traum. Einfach mit dem verfickten Sticky Hand. Hey, Sticky Hand ist an der Säule am kratzensten. Ja, ja. Boah. Alter, das ist ja krank. Boah. Digga, ich bin doch ein Sticky Hand. Boah. Digga, ich bin Spider-Man. Wo ist das denn? Wo ist das denn? Wo ist das denn Sticky Hand? Ach, scheiße. Ach, Digga, Marcel. Digga, ich bin nicht Sticky. Oh, Sticky Pause. Sticky Pause. Alter. Lass mir die Laterne sticken. Lass die Laterne sticken. Niemals. Wir sind jetzt diese komischen, weirden, wir sind diese komischen Berlin-Leute jetzt einfach. Lass mal vom Straßenbahnnetz oben die Stromleitung. Ich hab mir in die Eier gestickt. In die Eier gestickt? Ich hab mir in die Eier gestickt. Ich hör mich mal kurz. Boah. Ne, geht nicht. Niemals. Das musst du von unten machen, glaube ich. Boah. Hast du auch in die Eier gestickt? Digga, ich hab mir den Rückenklatscher gegeben. Digga, pass auf. Ich hab's geschafft. Andersrum. Ach so. Ich hab mir in die Eier gestickt. Das ist krass. Oh. Was ist denn da aus? Den hab ich getroffen. Oh. Au. Digga, ist einfach mein Hals. Ist einfach mein Hals rumgegangen. Oh. Oh. Digga, ich hab noch nicht meine Sticky Hand, ihr Wichser. Ja. Ey, lass den Miguel Ruhe hier. Ich hab... Digga, ich... Ey, was geht man? Ich komm nicht über... Sollt ihr am Kiffen oder was? Wirklich? Noch? Ja klar, let's go. Oh. Boah, damit werden wir ne Menge verfickten Spaß haben. Aha. Aha. Was ist das? Ey, musst du die nochmal hochbringen? Ne, ich glaub nicht. Okay. Dann stech die mal ein. Au. Ah, jetzt hab ich dich. Ja, jetzt hab ich dich. Ja, verbrecher. All right, weiter geht's. Ab zum Auto-Chat. Ab zum, äh, zur Karre, wa? Ten, ich bin nicht 1,50 groß. Schatze verab. Woher hast du die Mütze? Die hat Masha getürftet. Hatte mal von so nem Gummi Hand einen blauen Abdruck, hatte sie auch an den Zug geklebt. Oh nee. Ist deine Gummi Hand kaputt? Oh. Ja, ist die Ranzig, Digga. Digga, das ist ranzige Scheiße, Digga. Meine auch. Ey, ey, Alter! Das ist ne richtige Ranzhand. Geh noch mal hoch zu Lukas und frag, ob du umtauschen kannst. Sticky Hands. So, und jetzt gehen wir in das Spielbank-Casino da drüben und vergämeln richtig viel Geld. Alter! Ich glaub, ich würd all mein Geld setzen, aber nicht meine Sticky Hands. Viele, viele. Habt nur einen Euro net worth. Alter, da gibts sogar Mario-Maschinen. Ja, gefickt. Gefickt haben sie uns. Gefickt? Gefickt haben sie den. Ey, am Ende des Tages sind wir die, die mit der Sticky Hand rauslaufen. Weiß ich mein. Am Ende hast du dich echt die Sticky Hand ins Auge, Alter. catheter. Aua, Digga, bitte! Ohohohohohohohohohoho. Bro, das war ein Clean On Backspin. Das war crazy. Du schattst dir ne Backpfeife gegeben, oder? Jo, die hat auch gut geclatscht. Alter, holisch. Die war über laut. Die war über clean. Alter! Ich hab einfach so gespinnt und hab dann irgendwie so... Ich hab Angst. Oh, das war genau uns Auge, du Bastard! Ich pop so dein Eishocket raus mit dem Show. Also, mein Favorite heute ist, ich hab mir in die Eier gestinkt. Ich hab so gewürmelt, auf einmal hatte ich so ein Stickhand an den Eiern. Ich hab mir in die Eier gestickt, Alter. Das hat mir richtig weh getan auch. Wir müssen zum Auto, oder? Digga, boah. Ey, ich laufe hinterher. Mit einer Sticky Hand vergisst man die Zeit, Chad. Digga, schon mit einer Sticky Hand ist das Leben einfach einfacher, weißt du? Geld saugen, finanzielle Probleme, Sticky Hand und dann... Digga, stell dir vor, du bist einfach in der Fußgängerzone und jemand stickt dir von hinten in die Eier durch deine Beine durch. Einfach so zack und rein. Oh, mal Tennis dicken? Oh, Scheiße. Bro, Nuriax, ich will wirklich, dass, wenn du irgendwann mal ein Date hast... ...und mit der Sticky Hand... Ich probier's. Ich trainier das, Digga. Du musst das machen, Bro, das wär so slow. Mäuschen, ich bin gleich bereit, warte. Oh, nee, warte. Der war nicht lang genug. Kann losgehen. Kann losgehen. Hab Geld, die wilde Farbe. Warte, warum macht das so viel Spaß? Digga, no joke. Das war das mit den wenigsten Punkten. Und das macht am meisten Spaß. Boah, wir hätten das dann einfach so 20 schon drin. Oh mein Gott. Und jetzt warte mal ab, bis wir die Cashgun ausgepackt haben. Boah, ich würd so gerne die Schilfe nehmen. Okay, dann lassen wir das einfach einpacken. Lassen wir das schilfen. Oh nein. Sticky. Sticky. Ey, ich will nicht wissen, was die Bakterien an dieser Sticky Hand schon dran sind. No joke. Ich hab ganz... Scheiße. Hä? Was denn? Was denn? Die Sticky Hand Gang macht die Stadt unsicher. Digga. Hast du eine Bahn rüberfahrt, Digga? Oh nein. Ich glaub, wir sind gerade rechtzeitig weg. Oh. Äh, kurze Frage, ist die Bestellung für Zabex? Kevin Tanner? Warte, hat jemand für Zabex bestellt? Ich wollte halt einfach irgendeinen Namen sein, damit der sagt, für wen das ist. Für Zabex. Alright, Tim holt zu Auto kurz und wir warten hier. Was ist denn der Plan jetzt? Hä? Was ist denn der Plan jetzt? Knalltentour? Wir könnten halt jetzt noch eine Knalltentour mit der Sticky Hand machen. Ja, Bro. Ey, Leute. Was denn? Aufpassen. Oh, ja. Knalltentour mit der Sticky Hand. Ey, aber nicht beim Paaren nicht sticken, Tim. Nicht sticken beim Paaren. Denk so. Oder zack. Und Gang rein. Zack, zack, zack. Und schalten. Nicht sticken beim Fahren, Bro. Hast immer ein bisschen zu sagen. Mann ist das scheiße. Du, Digga, Schind. Warum wird's hier? Beim Fahren wird nicht gestickt, Tim. Tim, komm. Aui. Aui. Aui, nicht. Wollen wir wirklich mal eine roofless Handschlacht machen? Ey, Digga, wir schaffen in der Luft. Boah, Digga, das ist wirklich gezwiebelt, Digga. Oh, oh, scheiße. Auf dem Rücken ist am krassesten, Digga. Auf wirklich so gehen los. Das hat wirklich, das hat wehgetan wie so ein Paintball-Schoß, Digga. Das hat wirklich krass. Geht, Digga. Pass mal auf, Alter. Ey, nicht in die Eier sticken. Stop the sticking, stop the sticking, man. Beim Fahren wird nicht gestickt, Digga. Mann, hier kommt verfickten Hohensöhne, Alter. Warum, Digga? Okay, Frage. Manche ist schon jemand mit einer Sticky Hand ins Berghain gekommen? Das bin dann wohl ich. Nein, auf gar keinen Fall. Nein, lass es versuchen heute. War schon mal jemand mit einer Sticky Hand im Berghain? Safe, oder? Digga, im Berghain war schon alles drin. Das ist ein Ding, was so Berliner einfach in die Raum... Oh, oh! Der S-Stick! Ich muss meine Hände hin, Digga. Ey, geh mal meine Hände wieder, Digga. Ey, die sollen sagen, bitte mach die nicht kaputt, sonst ist der Arm im Eimer. Wer gestickt wird, kriegt einen Schwatzi. Ups! Wenn sich die Hände hinlernen, muss man sich kussen. Oh, nee. Schverdamm! Melanie. Melanie, komm, du bist gut. Meint ihr, man kann mit den Sticky Hands so einbrechen? Also, wenn man jetzt die Sticky Hand da so rüberwirft über dieses Geländer, kann man sich dann so hochziehen? Ich glaube nicht. Wollen wir probieren? Okay, Real Talk, wenn man aber genügend Sticky Hands hätte... Oh, maybe. Was ist, wenn man in Sticky Hands da hochwirft? Könnte man dann da hochklettern? Denkt ihr, Tim, mach ich grad mit der Sticky Hand das Ticket so? BAM! Reinen Automaten, Alter? Ne, mach's nicht. Oh, das war cool, Bro. Ich will lowly meine Hand nach da oben schießen, aber ich hab Angst, dass ich da nicht zurückkomme. Ja, das ist da nichts. Wo lagere ich die gleich im Auto? Weil die ist echt eklig. Ich kann ja nicht, wenn der rumstickt, aber meine brauchen einen Umfall. Ja, was wollt ihr gleich machen? Wollt ihr gleich was... Wollt ihr... Also, wir können so machen, oder? Also, wir können... Geil, wo Bar sind und vielleicht essen. Okay. Wir könnten was essen, wir könnten noch in eine Bar gehen. Wir könnten halt noch in die Bar gehen, in die 100 Gramm Bar. Da kriegen wir halt Free Shots. Da arbeitet eine Zuschauerin. Gibt's da Food? Daneben ist halt die beste Pizzeria auf Planeten. Da, wo wir schon mal waren. Die war krass, ja. Aber... Geil. Also, da ist ein guter Döner auf. Ja, das klingt geil. Gibt's hier Bubble Tea? Nicht um die Uhrzeit, glaube ich. Scheiße! Was ist das? Was ist das? Digga, Tim, am Regler wird nicht gestickt, Alter. Was ist das denn, Scheiße? Bro, weißt du, wir können das so Vogelscheiße von der Winterstelle, wie wir wacksticken. Die Koffern haben? Ja. Ey, mach mal hier den Koffern auf. Ich hab... Mach mal die Koffern auf. Mach mal Koffern auf. Ich hab... Ich hab... Ich muss hier... Sorry, musste mein Timmernstück hier kurz. Hup, hup. Oh, wendet Ding hier. Aua, ich hab mir richtige Handweg jetzt. Wir haben richtig gelootet hier. Wendet Ding, Alter. Wird mal... Was man damit alles machen kann. Richtig gelootet. Boah, ich liebe Tiefgaragengruppen. Ich mach dir die Tür zu. Hörst du das? Dieses Windchen, was da kommt. Ich liebe das. Oh, guck. Vorsicht. Ey, nicht dicken hier hinten. Hier ist Stickverbot. Oh mein Gott, jetzt müsste ich grad beim Licht sehen, will ich grad nicht mehr die die halten. Und meine sieht doch echt fresh aus, Mann. Okay, lass uns die Stickhand mal hier kurz an die Seite bringen. Der Gernot-Reakt sieht richtig eker aus. Boah, ich glaub, ich brauch das. Und seine Sticky Hand auch. Ich bestell damit so einen richtigen... So einen fetten Pack brauch ich, glaub ich, von Sticky Hands. Oh. Oh. Mann, oh. Ja, wohin? Ich schreib dir das kurz bei Whatsapp. Lass doch mal nicht sagen. Jo. Digge, du hast recht. Du bist so schlau dicker... Dicker Genutor. Du bist schlau. Du bist loyal. Ich will grad Musik extrem fühlen. Ja, Mann, Musik. Das ist ein Mucke, Alter. Ich muss mich anschnallen. Ich würde auch fühlen, weiterzuleben. Ey, Jungs, ich bin doch nicht angestellt. Ja, bitte. Ich auch nicht. Natürlich, du hast mich gebannt. Nein, nein. Wieder drei Jahre. So, ich muss auch schnell nach Hause laufen. Der Notti ist wieder drei Jahre gebannt auf Twitch. Oh, nö. Der Notti haut rein. Aber da kannst du nochmal Notti werden. Hast recht. Sind wir die Powerpuff Girls? Ja, so ein bisschen, ne? No joke. Hab Free Alk. Alternativ am Dienstagabend. Nicht viel los hier. Außer Halt-Simon-Dach-Straße. Warte mal. War dein Vorschlag jetzt einfach, dass wir zu dir nach Hause kommen? Ich sag ehrlich, wenn das... Digga, das wäre heavy Content. Ehrlich. Bro, das... I don't know. Können wir mit deinem Waschbecken die Sticky Hands waschen? Und dann dippen wir wieder? Und dann dippen wir, Digga? Wir werden mal die Hände waschen bei dir. Und die Sticky Hands natürlich. Dann, Digga. Was denn? Wenn er im Firmenwagen hinten mit der Sticky Hand das Licht anmacht. Oh Gott, ich werd feucht. Ich stick gleich mit der Sticky Hand ins Lenkrad rein. Pass mal auf, Digga. Lass alle drei auf die gleiche Stelle sticken und uns einfach rechts rein fahren. Gab es schon mal einen Unfall wegen der Sticky Hand? Heute schon. Wir könnten die Ersten sein. Digga, guck mal wie chillig bei Tim auch die Sticky Hand runterhängt. Was ist das denn, Alter? Oh mein Dicke Hand ist echt chillig. Sticky, Sticky Bügelbrett hier. Äh, mach das hier auch mal rein. Nö. Ey, nicht bei mir doppelt. Ey, du Wichser, mach das weiter weg. Damit die Leute auch direkt wissen, was bei uns abgeht. Ah, geht nicht. Fuck. Wollen wir die Sticky beim Fahren einfach... Das ist so, als würden wir also unseren... Wollen wir an der Ampel, ähm, äh, gegen das sticken? Digga, mach echt... Wenn, äh, wenn wir Ampel, lass einfach gegen rüber ans Fenster sticken. Ja, lojo. Was ist das ja Sprichmann? Nein. Bro, wir sind in Berlin. Da schießen die das tot, Bro, ja? Die, äh, das, äh, also das hier? Die ist an Vortip, komm. Äh, ja. Trau dich. What are the odds? Krank. Alright. Wir facken, wir machen jetzt eine Bar-Tour-Chat. Wir kommen da reingestickt. Die, wir haben... Lass Sticky Hands rausbringen jetzt schnell. Digga, ja. Ich glaube, ich hab mir so viele Handys verbunden, dass das den Kampfer den Geist offen sehen war. Meint ihr, ich kann von hier das Dach sticken? Yo. Klang so. Oh mein Gott. Das klang extrem so. Yo. Das klang so. Denkst du, ich kann so weit sticken, dass ich am Fenster wieder reinkomme? Boah, bei mir? Ja, okay. Ey, das wär krass. Oh, das klang, das war hier. Ey, okay, chill. Das ist nicht viel meins. Ey, wenn ihr wollt, mit oben den Kampfer macht. Okay, hier, ich versuch zu grabben. Oh, oh, oh. Oh, ne. Oh, da hinten, hinten, hinten ist auch krass. Ich versuch zu grabben. Oh, ne, geht nicht, ne? Warte, ich mach meinen Kopf raus. Ich glaub, du kriegst das hin. Ich glaube, du schaffst das. Ey, chill, 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 chill. Was machst denn du jetzt? Wir schaffen das. Oma, der war echt weit. Ha! Mach richtig mit Vollspann. Phil muss ich sein Haarschneidestream nicht umgezogen. Was? Was hab ich? Sein Haarschneidestream hast du dich nicht umgezogen. Das stimmt. Okay, ich mach mal zu dir rüber. Guck auf die Frontscheibe, Frontscheibe. Digga, das war ich bei der Fahrt hier. Pass mal auf, Alter. Warte, nochmal, nochmal, nochmal. Und zack, Tim, da müssen wir hin. Digga, die ganze Scheibe ist richtig slimy jetzt. Und zack, den Fahrrad vor dem Zimit. Und, ey, ey, ey. Oh, nein. Mann, ich steck jetzt nicht mehr, Digga. In die Augen genommen. Digga, Tim. Ey. Der ist diffused, Bruder. Oh, nein, ich steck noch mehr als vorher, weil sie jetzt nass ist. Tim, du bist der Beste. Ich war alles so ein Dicker. Ist das scheiße. Dicker Tim, Alter. Dicker Tim. Nein, sie steckt nicht mehr. Ja. Okay, wo ist jetzt die Mucke, Alter? Ja, das geht nicht. Oh, nein. Das ist die Mückchen, Alter. Wir hatten ja vorhin über Uber-Bewertungen gesprochen, ne? Ja, das ist... Wie gut kriegst du eine Uber-Bewertung, wenn du während der Fahrt mehrfach mit der Sticky-Hand aufs Dach stinkst? Und der hat einfach nur dieses... Diese geile Zeit. So mitten in der Fahrt, Digga. Einfach idiot. Was ist das für Elden Ring, Mucke? Ehter. Alter, du willst gerade ein Wasserpfein, nimm nach vorne, Digga. Und jetzt fahren. Nein. Was musst du sagen? Oh! Ja, lauter Tim! Tim, du hast den Spot getroffen! Nein! Tim! Lauter Tim, lauter, lauter, lauter! Let's go! Ey! Jetzt, ey! Ey! Let's go to the bleach, bleach, let's go that way! Ich kann keine Lyrics, man! Ey, mal lauter, gehst du lauter! Scheiße! Am Handy, am Handy, am Handy, am Handy, lauter! Let's go get it now! Let's go get it now! The sound? Lauter Mensch! Bitte, Miguel, rüber! Come on, blow all of my money and don't give pressure! I'm on the floor, floor! I love... Everybody looking for love! Oh, 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 oh! It's easier than this club! Oh, oh! Monster body mit dem Monsterblick und ihr Monster boom, boom, kippt mir den King, sie ist ein Monster! 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 Always freak! Kryptically! I should love! You're not good for me! You're not good for me! You're not good for me! Cause you're hard and you're cold! You're yes and you're no! You're in and you're out! You're up in y'un Dappenstürz um! Ich dreh die Würste um! Ich bin der Bert und steh am Grill! Und mit'n Bierchen in der Kralle grill ich immer würd in alle! Das ist alles, was ich will! Ja, scheiße! Okay, doch nicht! Okay, raus hier! Okay, doch! Das war mega cringe, Bro! Wir hätten das einfach skippen sollen! Ich glaub den ganzen Part hätten wir skippen sollen! Ja, no joke! Ich kann mich nicht abschneiden! Ich dreh die Würste um! Oh Gott! Okay, wir müssen jetzt halt eine Entscheidung machen, ne? Was ist die Entscheidung? Also wir können halt nicht mit der Sticky Hand in die Bar rein, oder? Doch! Und auf? Ich brauch halt zwei Powerbanks jetzt! Alle Türen zu! Warum? Ist das Kofferraum? Oh mein Gott, ey! Sollen wir einfach fahren jetzt? Ja, was machen die? Wenn wir hier gleich einen Stein schlagen! Ey, runter vom Auto hier! Geht alle ins Arschloch! Wir wollen jetzt ein scheiß Auto haben, ne? An, Junge, wir gehen jetzt mit vier Sticky Hands in die Bar, Leute! Das ist so scheiße! Ja, mach doch die... Lass doch die Tür auf, Bro! Was, Bro? Lass die Tür auf! Wollen wir die, äh... Cashguns auch mitnehmen? Ja, bitte! Das ist zu viel, Bro! Das können wir nicht machen, Leute! Das ist zu viel! Das ist auf, Bro! Wie geht das Shooting compare, jetzt. Weil sie sich um nicht mal zu werden,